Gemeinsam können wir viel tun. Für Kinder in Deutschland. Stardesigner Guido Maria Kretschmer. Es geht natürlich darum, die Schlaganfallhilfe zu unterstützen. Dass man sieht, wie wichtig da unsere Organisation einfach ist. Schauspielerin Claudia Michelsen. Sich schwach zu fühlen, weil man nicht mehr mitkommt, das ist ein Abzweig in ein Leben, was einfach jetzt nicht stattfinden darf. Unterstützen auch Sie uns. Jeder Cent kommt an. Der 27. RTL Spendenmarathon. Donnerstag ab 18 Uhr.